Populismus ist eine Gefahr für die Demokratie, der man begegnen kann, indem man politische Aussagen auf Fakten überprüft. Das ist ganz einfach. Sie schauen sich z.B. an, wenn Sie hören, dass in London die Kameraüberwachung viel gebracht hätte. Schauen Sie sich an, was die Statistiken sagen. Und die Statistiken sagen, dass das nicht wahr ist. Die Kameraüberwachung hat keinen Rückgang der Kriminalitätsquote gebracht.